Guten Morgen, ich lese Medikamente im Testbund Hochdruck mit großem Ratgeberteil von der Stiftung Warentest. Ich bin angekommen im grünen Teil, das Kapitel heißt das richtige Medikament finden im Abschnitt Kinder, Frauen, Ältere und es geht um Kinder. Als erstes gibt es einen grün abgesetzten Kasten mit einem I, ein vermutlich Informationskasten. Bei Kindern und Jugendlichen macht sich eine Hypertonie häufig mit Kopfschmerzen, Schwindel, Nasenbuten, Lärm- oder Konzentrationsstörungen sowie Tinnitus bemerkbar. Bei Erwachsenen dagegen ist ein Bluthochdruck meistens symptomlos. Immer mehr Kinder sind betroffen. Bluthochdruck ist keine alte Leute Krankheit. Immer mehr Jungen und sogar Kinder und Jugendliche entwickelt einen zu hohen Blutdruck. Die Deutsche Hochdruckliga schätzt, es ist ein Lobbyverband, dass etwa 700.000 Kinder betroffen sind, so gut wie alle, zu gut Deutsch. Früher kam eine Hypertonie bei Kindern tatsächlich seltener vor und war meistens auf angeborene Erkrankungen des Herzens, der Blutgefäße oder Nieren zurückzuführen, also eine sekundäre Hypertonie. Heute dagegen handelt es sich, wie bei Erwachsenen auch oft um eine primäre Hypertonie, also um einen Bluthochdruck ohne zugrunde liegende Erkrankung. Die Erklärung dafür liefert die Waage. Die meisten betroffenen Kinder sind zu dick. Die Kinder leben heute fast schon wie Erwachsene. Sie sitzen zu viel, essen zu viel und sind gestresst. Und was bei Erwachsenen auch, und wie bei Erwachsenen auch, können die zu hohen Werte auch schon bei Kindern zu einer Herzschwäche, zu koronaren Herzerkrankungen und zu Ablagerungen in den Gefäßen führen. Also, ich stehe bei Gefäßablagerung auf das Lösungsmittel Doppelkorn. Hilft, wirkt auch Gefäßarbeit. Auch bei Kindern. Ich bin auch schon über 18. Auch bei Kindern steht eine Gewichtsabnahme durch gesunde Ernährung und meist Bewegung im Vordergrund. Die Empfehlung für Erwachsene 5 Mal die Woche mindestens 30 Minuten Ausdauersport kann gerade für Kinder durchaus erhöht werden, auch täglich mindestens 60 Minuten intensive Bewegung. Eine große aktuelle Studie zeigt, die heißt übrigens D-E-F-I-C-S ist eine EU-Studie. Kinder, die sich weniger als 60 Minuten am Tag bewegen hatten, entwickeln Kinder, die sich weniger als 60 Minuten am Tag bewegt hatten, entwickelten zu 53% häufiger einen Bluthochdruck. Diäten sind tabu, da sie vor allem bei jungen Menschen in eine Essstörung münden können. Beim Essen ist nicht weniger, sondern besser angesagt. Viel Obst, Gemüse und Vollkornprodukte, wenig Salz, Zucker und Fett. Andere Grenzwerte für Kinder Der Blutdruck bei Kindern ist niedriger als bei Erwachsenen und steigt an, je älter und größer sie werden. Daher gibt es für Kinder auch andere Normwerte, die sich an Alter, Größe und Geschlecht orientieren. Das ist eine komplizierte Angelegenheit. Es handelt sich dabei nämlich um verteilungsbasierte Grenzwerte, sogenannte Perzentilkurven. Keine Ahnung, was das ist. Fachleute definieren im Allgemeinen Ich kann mal gerade Medizin nachkommen. Ich bin auch als Lehrer in die Stochastik geprüft worden. Was eine Perzentilkurve ist, weiß ich nicht. Perlindex, Pelvis, Periapikal, Periode, Perkulieren, Per, 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 Perzeption und dann schon Perzentil Statistische Größe, die die Position eines Wertes innerhalb der Werte eines Kollektivs beschreibt, die in aufsteigender Reihe sortiert sind. Aha, es geht also um eine Rangliste und dann wird die Position in einer Rangliste ermittelt. Darunter kann ich mir was vorstellen. So was gibt es auch in der Stochastik und in der Statistik auch. Warum der Duden das Wort Rangliste nicht kennen, ist mir auch nicht klar. Fachleute definieren im Allgemeinen als Grenze Werte oberhalb des 95. Perzentils. Das heißt 95 Prozent der gleichaltrigen und gleich großen Jungen und Mädchen weisen niedrigere Blutdruckwerte auf. Nach der neuen europäischen Leitlinie zur Behandlung von Hochdruckerkrankungen bei Kindern und Jugendlichen liegt der Grenzwert bei 3-jährigen Jungs, zum Beispiel bei 113 zu 67 mm Quecksilbersäule, bei 6-jährigen bei 117 zu 76 mm Quecksilbersäule. In dem Zusammenhang auch interessant, wenn man im Kindergarten so eine Rangliste bildet, dann kommt man relativ schnell zu dem Ergebnis, wenn ich hier die Zahlen lese, dass Kinder in Frankreich von Geburt an einen wahnsinnig niedrigen Blutdruck haben, wenn der Europa weiter mittelde. Und bei 12-jährigen bei 127 zu 83 mg Quecksilbersäule. Bei Mädchen liegen die Werte, du bist verarscht, wo du nur hinguckst bei der Stiftung Warentest. Davor waren auch schon so ein paar Formeljungen, die waren so dermaßen dann hier. Bei Mädchen liegen die Werte im Allgemeinen ein klein wenig niedriger. 110 zu 69 mm Quecksilbersäule, bei den 3-jährigen 115 zu 76 mm Quecksilbersäule, bei den 6-jährigen und 126 zu 82 mm Quecksilbersäule, bei den 12-jährigen Mädchen. Ab dem 16. Lebensjahr gelten nach der neuen Leitlinie die Empfehlungen für Erwachsene. Die Obergrenze wird mit, das ist auch keine Obergrenze, das ist eine Empfehlung, die Übergrenze liegt bei 100. 160. Ab der Grenze bezahlt die Krankenkasse. Ich kriege diese nicht so eine Scheiße. Haben die auch anders schon geschrieben. Als Eltern wird die Obergrenze mit 160 zu 90 mm Quecksilbersäule angegeben. Als Eltern sollten sie den Blutdruck bei ihren Kindern regelmäßig überprüfen. Wenn schon mal erhöhte Werte festgestellt wurden, sprechen Sie mit Ihrem Arzt, welcher Grenzwert für Ihr Kind gültig ist. Für die Messung benötigen Sie ein Gerät mit kleinerer Manschette. So, als letzter Abschnitt und danach geht es in der nächsten Folge um Ältere. Medikamente für kleine Patienten reichen eine Umstellung der Ernährung und ein Sportprogramm nicht aus, um den Blutdruck bei Ihrem Kind zu senken, sind Medikamente angesagt. Vor allem dann, wenn Ihr Kind schon an Folgeschäden des Bluthochdrucks wie einem vergrößerten Herzmuskel oder verdickten Gefäßwänden leidet. Bisher sind allerdings nur wenige Medikamente für Kinder zugelassen, weil bis vor einigen Jahren als Minai-Mittel vor allem an Erwachsenen geprüft wurden. Um diese Lücke zu schließen, ist 2007 eine EU-Verordnung in Kraft getreten, mit der pharmazeutische Hersteller verpflichtet werden, Medikamente auch an Kindern zu prüfen, wenn der Wirkstoff für die Kinderheilkunde relevant ist. So sind in der Zwischenzeit schon einige Studien entstanden, in denen Bluthochdruckmedikamente bei Kindern systematisch untersucht und die genaue Dosierung ermittelt wurde. Die ausgewählten Substanzen haben den Blutdruck auch bei Kindern und Jugendlichen effektiv gesenkt und wurden gut vertragen. Es stehen allerdings noch Studien aus, die die verschiedenen Antihypertensiva miteinander vergleichen und beweisen, dass Folgeerkrankungen verhindert werden können. Es gibt Hinweise, dass bei einer Hypertonie, die mit Übergewicht verbunden ist, ACE-Hämmer oder Satan als erste Wahl zu empfehlen sind. Wenn das Kind das Medikament nicht gut vertragen sollte, gelten Calcium-Antagonisten als gute Alternative. Unter den Beta-Blockern kommt Metoprolosokinat infrage. Bei Kindern mit Bluthochdruck, die kein Übergewicht haben, geben die bisherigen Studiendaten es nicht her, dass eine Medikamentengruppe einer anderen vorzuziehen ist. Ist die Therapie mit einem Medikament nicht erfolgreich, kommen auch bei den kleinen Patienten Kombinationen von mehreren Medikamenten zum Zug. Liegt der Blutdruck dagegen mit einem Medikament ausreichend, kann Ihr Arzt möglicherweise versuchen, das Medikament schrittweise zu reduzieren unter Beibehaltung des Ernährungs- und Sportprogramms. So, das war es mit Kindern. Weiter geht es später mit Älteren. Tschüss.